Musik Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Wieder mal mit dem lieben Isak What's up? What's poppin? What's poppin? Und zwar ich und Isak haben gerade so Spaß Wollten wir so ein Challenge machen Indem wir halt Schnick, Schack, Schnuck spielen Also schwere Steinpapier Und derjenige, der dann verliert, soll dann was Ekliges essen oder trinken, was auch immer Und ich dachte mir so, theoretisch gesehen kann man das auch aufnehmen, oder? Und deswegen würde ich sagen, wir fangen auch direkt mal an Das ist so ein kleines Spaßvideo Ich hoffe, es gefällt euch Und dann beginnen wir mal Und ich hoffe, dass ich gewinne, weil ich habe die ganze Zeit nämlich verloren Und ja, das wäre echt eklig Okay, go Okay Ist bereit? Ja Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Ich habe gewonnen Schauce, okay, was soll ich essen? Oder trinken Ach, das ist eklig Kommt man mit? Oh nein Das kann ja jetzt was werden Okay, Leute Ich mache dir jetzt mal einen sehr leckeren Brink Ah Und diesen Brink muss aber komplett leer sein Ganz leer? Ja, wie viel machst du denn? Nicht viel Okay, Leute Angefangen mit Ohrsaft Was? Was machst du da? Eine Weintraube Für den Geschmack Er quetscht die einfach aus Wie das aussieht Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ne Das kann ich niemals trinken Das reicht aber, ne? Nee, nee, ich habe auch Oh nein, bitte Ich komme zu Das ist so eklig Leute, guckt euch das mal an Die Stückchen Und da ist Käse drin Verdammt Oh, nicht Reicht jetzt, ne? Das trinke ich nicht aus, Isaac Das ist viel zu viel Das ist doch eklig Ich habe mich jetzt mal so kurz gefasst Nein, 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 nein Das trinke ich nicht aus Du bist so gemein, ne? Das war doch mal extra Okay, reicht jetzt Reicht Drei Schlücke Das kann ich nicht, Isaac Das kann ich niemals Die Kamera So, Enja Wie fühlt es sich dann? Wenn man verliert? Das ist einfach ekelhaft So, drei Schlücke Das sieht so wie kurz aus Heute gut Das geht nicht Hallo Das ist so eklig Was ist das? Sonst wirst du anders bestraft Komm, ich bin großzügig Zwei Schlücke Aber einen Schluck Aber einen großen Schluck Keinen Kinderschluck Guck mal, zieh die Cap aus Halt die Nase zu Und alle müssen sehen, dass du wirklich trinkst Mehr, 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 mehr Nein, ich kann auch nicht trinken Komm, noch einen Hallo Das geht nicht Probier mal, das ist ekelhaft Maggi Käse Habe ich verloren Oder hast du verloren? Ja, aber ich habe es getrunken Ich habe einen Schluck genommen Einen großen Ich glaube jetzt Das war nicht mal, alsDrück Hallo Ich will dich hier vor meinen Leuten Erbrechen Ich war ein bisschen Ekelhaft Nein Nein, okay, komm Glas Geld Ich habe es getrunken Ich habe es getrunken Sarchschluck Schlick Schlick Schlack Schluck Schlick Schlack Schlick Schlack Schluck Schluck Geil! Jetzt ist nämlich der Isaak dran und dem machen wir jetzt auch ein leckeres Getränk, ne? Komm, füllen wir es mal? Nee, Orangensaft ist für lecker. Wir nehmen lieber Apfelsaft, weil Apfelsaft mag ich nicht. Komm, wie du übertreibst. Es ist ja mein Getränk. Also für dich. So viel Käse. Ja. Hallo, du bist ein Mann, bei dir kann es ruhig eklig sein. Pfeffer. Milch. Baaah! Zucker! Yippie! Haberst du? Ich übertreib es nicht. Magie? Wie schön würzig ist, ne? Halt das mal so, dass die Leute das auch sehen können, Frau Enya. Weißt du, wie das aussieht? Wie Rüeha, ja? Ne? Ist aber echt so. Okay, Isaak. Ich würde sagen, jetzt bist du dran. Was sagst du dazu? Wie riecht es für dich? Wie ist dein erster Eindruck? Scheiße. Ja, du hast auch so was mit mir gemacht. Einen Schluck, ne? Einen großen Schluck. Ne, weil du meinst zwei Schlücke. Ey, ich bin ein Mädchen. Ich hab bei dir auch von drei auf einen Schluck reduziert. Ja. Einen Schluck. Einen großen. Die Leute müssen sehen, dass du es trinkst. Dääh. Ah! Hahaha. Haha. Lecker. Puh. Hahaha. Hä? Isak, alles okay? Hahaha. Was machst du? Wohin gehst du? Hahaha. Warte, bist du ekelhaft, ne? Hä, sagst genau du, ne? Isaac, und? Wie war mein leckeres Getränk? War sehr, sehr gut. Ja, hat's dir gefallen? Very tasty. Very tasty? Für Rezept hier drunter gucken. Engel, schreibt euch alles auf. Willst du noch mehr? Zum Nachmachen. So, Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ähm, ja. Wir haben eine was Ekelhaftes getrunken. Oh mein Gott, das war eklig, ne? Ja. Und, ja, wir würden sagen, wir verabschieden uns jetzt auch. Und wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Und, ähm, ja. Wenn ihr weiterhin mehr Videos sehen wollt, von ihm auch, mit ihm, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und, ja. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao. Peace, peace, aua.